Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit Handschrift Videos erstellt. Ich kann das jetzt ja schon mal präsentieren, dann werdet ihr sehen, oh wunderbar, ein Erklärvideo mit Handschrift. Das ist authentischer und man kann es auch besser nachvollziehen, finde ich. Aber es sollte sich ja entwickeln, das heißt nach und nach sollte das geschrieben werden. Und weil man nicht gleichzeitig sprechen und schreiben kann, muss man das vorher zeigen bei PowerPoint. Was wird wann geschrieben und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Als erstes möchte man ja, dass zum Beispiel jetzt dieser ganze Text hier oben geschrieben wird, also quasi die erste Zeile. Und ihr seht, das sind lauter einzelne Textfelder, das heißt ich muss das noch zusammenfassen. Dazu markiere ich das Ganze so, dass quasi alles markiert ist. Jetzt sehe ich aber schon, dass die roten, grünen, blauen Striche, die ich ja unterstreiche, damit ich später verwende, auch mit markiert sind. Deswegen merken, STRG-Taste gedrückt halten, das mache ich jetzt gerade, das seht ihr nicht. Aber jetzt kann ich quasi einzelne Sachen rausnehmen, die eben nicht markiert werden sollen. Oder andersrum, ich kann währenddessen auch Sachen anklicken, die jetzt eben dazukhören sollen. Jetzt seht ihr, ist all das markiert und der Trick ist jetzt, auf diese eine dieser Flächen zu klicken, rechtsklick, gruppieren. Und jetzt wird aus all diesen kleinen Textfeldern eine Gruppe, seht ihr, ein Textfeld. Und jetzt kann ich auf Animationen und Wiederholen gehen. Jetzt wird das Ganze hingeschrieben. Natürlich viel zu schnell, deswegen gehe ich hier bei der Animationsbereich, das werdet ihr wahrscheinlich nicht gleich sehen. Bei euch schaut das normalerweise so aus. Animationen, Animationsbereich und jetzt kann ich diese Animation deutlich länger machen. 5 Sekunden. Und jetzt wird das Ganze sehr viel langsamer hingeschrieben. Als nächstes sollen ja diese roten 3a² und minus 7a² zusammengefasst werden. Das heißt, diese zwei Striche sollen als nächstes kommen. Ich mache das jetzt wieder so, ich markiere das, ich habe hier strg gedrückt gehalten, rechtsklick, gruppieren. Und jetzt wird das zusammengefasst und ich kann rot und rot nacheinander unterstreichen lassen. Hier ist die Animation. Als nächstes soll dieses Textfeld, dieses Textfeld und dieses Textfeld zusammengefasst werden. Ich gruppiere das wieder. Ups, das rote ist noch mit dabei. Das nehme ich wieder raus mit strg gedrückt halten. Mach hier raus eine Gruppe, gruppieren und gehe auf Animationen. Als nächstes soll ja das blaue unterstrichen werden. Auch hier wieder strg gedrückt halten, gruppieren, zusammenfassen, wiederholen. Ich mache das jetzt etwas schneller. Hier auch das A vergessen. Das blaue brauche ich nicht dazu. Hier mache ich wieder eine Gruppe daraus, gruppieren und wiederholen. Und jetzt wird das Ganze hier hingeschrieben. Am Schluss kommt noch das grüne, wiederholen und dann dieses Textfeld noch zusammengefasst, gruppieren und dann als ganzes Textfeld wiederholen. Ich habe das jetzt schon mal mit allen gemacht. Das heißt, die rote Klammer auf die 8. Man sieht das auch hier, die 8. Dann als nächstes wird das minus 4a Quadrat geschrieben. Dann die blaue geschweifte Klammer. Dann die minus 3a. Und am Schluss wird noch das hier abgeschrieben. Wenn ich jetzt meine Präsentation starte, wird eben der komplette Text nach und nach geschrieben. Aber ich muss mich weiterklicken. Das heißt, ich kann währenddessen reden und kann mir vorher schon überlegen, was, wann, wo kommt. Das heißt, ich bereite das alles so vor, dass ich beim Erklärvideo, wenn ich ein Video aufnehme, erst nur noch klicken muss und mich auf die Sprache konzentrieren kann. Ist sehr wichtig. Und trotzdem schaut es authentisch danach aus, als würde man das Ganze gerade schreiben. So wie es ja Schüler dann auch später machen müssen. Deswegen empfehle ich, die Handschrift hier mit reinzubringen. Eine Sache will ich euch am Schluss noch zeigen, wenn die Präsentation hier zu Ende ist. Man hat natürlich manchmal das Problem, dass man zu viel hat. Zu viel in einer Gruppe. Das heißt, so wie ich eine Gruppierung zusammenfasse, kann ich sie auch wieder aufheben. Gruppierung aufheben und jetzt werden aus diesen ganzen einzelnen Feldern wieder drei einzelne Felder. Also vorher war es ein ganzes und ich kann auch jetzt noch weitergehen. Hier die Gruppierung aufheben und plötzlich wird aus jeden Buchstaben ein einzelnes Textfeld. Aber ich kann das Ganze auch so, wie ich es vorher euch gezeigt habe, wieder per Gruppierung zusammenfassen und es wird ein Textfeld. Also der Clou ist, das zu schreiben, zu gruppieren, Gruppierung aufzuheben und sich genau zu überlegen, wann was kommen soll. Und natürlich am Anfang sich zu überlegen, wie es ausschauen soll.